Hier ist Kanal Montevideo wieder, Montevideo Kanal grüßt alle Zuschauer, die meine Videos gerne schauen wollen und so weiter. Ich habe für diese kalte jahreste Zeit mit mir vor zwei Wochen ein Mix gemacht und nehme ich davon jeden Tag am Frühmorgens einen Löffel, einen Esslöffel davon mit einem Glas Wasser auf nichterem Magen und ich warte zwei Stunden und nehme ich das erste Mal zu mir. Und am Abend bevor ich ins Bett gehe nehme ich auch einen Löffel davon und ein Glas Wasser und gehe dann ins Bett schlafen und bis jetzt habe ich keine Erkältung, habe ich gar nichts. Und dieser Mix an Kitty Ring da ist ganz einfach, kann jeder das machen. Dann brauchen wir dafür einen Mixer. In dieser Mixer habe ich vier Citeronen ohne Schale rein getan hier in den Mixer. Dann habe ich 200 Gramm frisch geschälte Ingwer, 200 Gramm frisch geschälte Kurkuma und dann habe ich 100 Gramm frischen Nublauch. Dann habe ich hier rein in den Mixer habe ich das ganz fein gemixt. Dann habe ich wieder das in einen Topf rein getan. Dann habe ich das aufgefüllt mit 250 Milliliter Apfelessig und dann 15 Minuten köcheln lassen. Danach nimmt er runter, wartet bis das kalt geworden ist und konnte das aufschmecken mit Honig nach eurem Geschmack, wie ihr das haben wollt. Und wenn ihr das gemacht habt und kalt wird, dann wird das, sieht das genauso. Dann sieht das genauso und dann fühlt er das in eine Flasche rein und macht er im Kühlschrank bei euch rein und das hält einen Monat. Dann kommt er davon einen Löffel früh, einen Löffel Abend und wenn ihr das macht, dann wird er sehen, nach einem Monat was mit eurem Körper. Eurem Körper wird sich dafür danken. Klar, das Geschmack ist ein bisschen so intensiv, aber den ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag, man gewöhnt sich an den Geschmack, den restlichen Geschmack. Das ist alles Täter. Bakterien Täter, Viren Täter, alles Täter. Also das ist Hammer, 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 Hammer. Viel Spaß beim Nachmachen und vergesst nicht das Like zu machen, wenn das euch gefallen hat. Eure Kanal Monto Video. und weiter und Vielen Dank.